Oh! Oh mein Gott, Leute. Oh Gott, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Oh, ist das... Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, nein! Oh nee, Leute, ich kann das nicht hochladen, ich kann das nicht hochladen. Können wir das Video bitte beenden? Können wir das Video bitte beenden? Ich kann nicht mehr. Ich will es nicht mehr sehen. Hey, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Eieiei, ihr habt den Titel schon gelesen. Und ja, Freunde, ich schaue mir heute zum ersten Mal den Wicked Women's Mod an ohne Zensur. Ich habe extrem große Angst und ich glaube, dass das... Oh Gott, ich hoffe, ich füge es direkt wieder ein, denn sonst vergesse ich es heute noch im Stream. Und das wäre nicht gut, wenn wir das sehen, glaube ich. Also, Leute, bin ich ganz ehrlich. Und ja, Freunde, Stream ist auch schon das richtige Stichwort, denn ich bin heute ab 13 Uhr live auf Twitch. Twitch, der Party Samstag ist zurück. Freunde, lang, lang ist es her, wo wir Samstag Party gemacht haben. Aber diesen Samstag, heute ist es wieder soweit. Ab 13 Uhr sind wir live auf Twitch. Wir packen wieder 30 Sims auf ein Schlachtfeld. Und die werden, ja, ums Überleben kämpfen. Ich bin gespannt, wer am Ende gewinnt. Wir werden Challenges mit denen machen. Wir werden ausrasten. Es wird Beef geben. Es wird Streit geben. Es wird ganz viel Party geben. Und, glaube ich, auch einige Shots. Freunde, kommt vorbei. Gleich bin ich live. Oder wenn es schon bei euch nach 13 Uhr ist, dann kommt gerne rein in den Party Stream. Und nehmt gerne mit dran teil. Außerdem gibt es neue Twitch Sounds. Also, Freunde, kommt rein. Und das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. So, Friends. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ich habe ganz, ganz, ganz große Angst. Ich habe den Streaming-Mod, diesen Streaming-Ding rausgeschmissen. Und jetzt sehe ich die Sims nackt. Ich sehe sie komplett nackt. Ich werde sie für euch natürlich zensieren. Denn ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Keine Sorge, ihr werdet da nichts Krasses sehen. Aber ich glaube, es ist ganz lustig, wenn ihr meine Reaktionen seht. Deshalb, Freunde, würde ich sagen, gehen wir rein ins Game. Let's go! Hello, hello, meine Freunde. Wir haben wieder Tom Holland und Zendaya am Start direkt mal eingestimmt. Denn ich denke mal, dass wir die beiden heute auch wieder im Stream mit dabei haben. Aber da könnt ihr ja wieder alle Sims mitbestimmen. Alle bekannten Sims. Aber wir haben Tom Holland und Zendaya, Freunde. Und ich habe ganz, 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 ganz große Angst. Denn es ist keine Zensur mehr da. Die wollen auch direkt schon Technik-Möchner machen. Das gibt es nicht. Ich möchte direkt alles sehen, was es auf der Couch gibt. Und ich habe ganz große Angst. Ich habe ganz große Angst. Zeig mir bitte mal zufällig. Zeig mir bitte mal zufällig. Oh Gott. Vor allem, ich muss das alles noch im Nachhinein verpixeln. Das wird ja super furchtbar. Das wird ja super furchtbar. Das Haus ist übrigens sehr schön, oder? Das habe ich gerade runtergeladen. Das hieß irgendwas mit Modern Villa oder so. Ich kann gleich noch mal gucken für euch. Okay. Ah! Oh mein Gott, Leute, wenn ich... Okay, also... Oh! Gerade schlägt er Zendaya auf den A. Also, ich beschreibe euch ganz kurz das Szenario. Oh Gott, oh Gott, was mache ich denn hier, Leute? Also, Tom Holland ist angezogen. Zendaya liegt da komplett ohne Klamotten. Komplett ohne Klamotten. Man sieht alles. Alles. Und Tom Holland schlägt sie die ganze Zeit auf den Hintern. Okay. Passiert... Oh Gott! Oh! Was gucke ich denn hier an, Leute? Oh mein Gott, was? Ja, okay, jetzt ist... Oh mein Gott. Ich kann... Oh! Hilfe! Hilfe! Nein! Das ist doch nicht der Ernst, Leute. Oh mein Gott, was? Der Wicked Rhymeson ist so krank. Also... Okay. Wenn ihr über 18 seid, Leute, dann könnt ihr das angucken. Unter 18 macht es auf gar keinen Fall. Oh! What the fuck? Oh! Was gucke ich denn hier? Oh mein Gott. Können wir das Video bitte beenden? Können wir das Video bitte beenden? Ich kann nicht mehr. Ich will es nicht mehr sehen. Oh! Oh mein Gott, was? Leute, nein! Okay. Friends, ich blende euch gleich mal ganz kurz Zendayas Gesicht ein. In der Hoffnung, ihr könnt verstehen, was ich gerade sehe. Das sehe ich und sie ist komplett... Nackt. Ei, ei, ei. Oh Gott, ich will... Ich will... Ich könnte mir eine andere Szene... Ich glaube, es wird nicht besser, oder? Aber bis jetzt habe ich nur Zendaya nackt gesehen. Tom Holland war noch angezogen. Ich weiß gar nicht. Haben die Männlichen eigentlich... Nö, ein Dingeling-Dong-Dong? Haben die... Haben die das? Ich werde es herausfinden. Oh mein Gott, Freunde. Die sind fertig und ich sehe alles. Ich sehe alles. Ihr seht es zum Glück nicht, Leute. Ihr seid froh. Oh, wow. Ich wusste gar nicht, dass das geht in Sims. Oh, ich würde gerne hoch ins Bett gehen, Leute. Ui, 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 ui. Das war aber ganz schön wild. So, im Bett können wir ein bisschen mehr machen, Leute. Oh, ich will gar nicht. Ich mache einfach zufällig. Was anderes will ich, glaube ich, gar nicht sehen. Oh Gott, ich habe so Angst. Oh Gott, Leute. Sie sind nackt. Sie sind beide nackt. Okay. Was? Nein. Ach, oh nein. Ich kriege halt Albträume davon. Oh Gott. Oh, ich will nicht mehr. Ich will wirklich nicht mehr. Also, ich kann euch bestätigen. Tom Holland hat ein Dingelinga-Ding-Dong-Dong da unten. Und es ist mir gerade ein bisschen zu viel, was ich hier sehe. Ach, du heilige Mutter Maria Gottes, Leute. Oh mein Gott. Ach, du. Was passiert hier gerade? Oh mein Gott, Leute. Also, ich will nichts sagen, aber es sieht sehr realistisch aus. Die Animation und alles sieht toll aus, wenn man das so sagen darf. Es bewegt sich alles. Es ist nicht so statisch. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Was ich euch zeigen kann, ist das. Mehr kann ich euch nicht zeigen. Das reicht, oder? Oh, ist das? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, nein. Zendaya könnte schwanger sein. Ja, ey, ich habe gesehen, was da abging. Ich glaube definitiv, dass sie schwanger ist. Oh mein Gott, Leute. Die haben Positionen gewechselt. Ach, du heilige. Oh mein Gott. Was gucke ich mir denn hier an? Boah, ich bin froh, dass ich nicht mehr zu Hause wohne. Stellt euch für, meine Eltern würden reinkommen. Ich will das gar nicht. Oh. Boah, ich bin froh, dass es die Streamer-Variante gibt. Ich bin so froh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, das sieht ja, also von so sieht es ja ganz nett aus, glaube ich. Oh Gott. Aber ich würde es euch auch nicht zeigen, weil man sieht den Hintern von Tom Holland. Ei, ei, ei. Oh mein Gott. Was gucke ich denn hier? Sieht aber auch, also ist aber auch eine wilde Position gerade. Oh je, oh je, Leute. Ich kann nicht mehr. Und vor allem, es gibt ja noch extra Animationen dafür. Oh ho ho, nein. Nein, mach mal weiter. Oh. Oh mein Gott, Leute. Oh Gott, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Also, Freunde. Ich erkläre euch kurz die Situation. Jugendfreundlich. Jugend, weiß ich nicht. Zendaya spielt jetzt mit Tom Holland und zwar spielen die Schiffe versenken oder so. Oh mein Gott, ich will nicht mehr. Oh. I mean, sie gibt alles, aber was? Oh nee, Leute, ich kann das nicht hochladen. Ich kann das nicht hochladen. Nein. Leute, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Ich hätte diesen Mod niemals ohne Zensur angucken sollen. Aber krass, was Modder schaffen, ne? Muss ich jetzt einfach, also, muss ich jetzt einfach mal sagen. Das haben sie gut, also, sieht realistisch aus. Aber ich brauche das nicht in Sims, Leute. Dann lieber wieder mit dem, mit den ganzen Pixeln. Das ist mir lieber. Oh Gott, Leute, das wollt ihr gar nicht sehen. Oh. Können wir weitermachen? Ah, was passiert jetzt? Okay. Jetzt ist das, das ist dasselbe von der Couch. Und ich sehe ein... Zendaya wird gerade geschlagen. Wieder mal auf ihren Hintern. So, bang, bang, bang. Oh Gott. Können wir bitte aufhören? Ich möchte das nicht mehr gucken, wirklich. Also, das ist, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu viel. Oh, was ist das denn? Ach, du heilige. Oh Gott, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Tom Holland gibt alles. Das kann ich euch mal sagen. Die spielen gerade, weiß ich nicht, mit Murmeln. Ach, du heilige. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, das kann ich euch ein bisschen zeigen. Es macht mich ganz doll fertig. Oh nee. Ich will nicht mehr, Leute. Ich will nicht mehr. Können wir? Regie. Können wir mit dem Video aufhören? Ach, noch nicht, Leute. Ach so. Okay, Leute. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesehen, was ich sehen musste. Ach, du heilige. Interessant. Ich habe gerade Sachen gesehen, die ich eigentlich nicht sehen wollte. Aber ich muss sagen, es ist sehr realistisch. Wenn es fertig ist, ist alles fertig, Leute. Schön. Schön. Oh Gott. Ich kann das doch. Eieiei, Leute. Könnt ihr euch bitte wieder anziehen? Ich möchte euch nicht mehr nackig sehen. Ich möchte das wirklich nicht mehr sehen. Ihr seid Sims. Oh, Leute. Das ist ja so ekelhaft. Ich finde das for real. Also schön, wenn manche Leute das glücklich macht, weil es ganz viel Realismus reinbringt. Aber ich finde es ein bisschen abtörend und disgusting auch. Disgusting finde ich es auch. So, Leute. Mit der Palme ist es, glaube ich, ganz gut. Die sitzen da gerade nackt zusammen und unterhalten sich. Toll. Viel Spaß euch dabei, ne? Also, das ist bestimmt amazing. Ja, können wir noch was testen? Okay, Leute. Sie sind wieder angezogen. Was machen sie jetzt? Ach, ein Techtelmechtel. Ach so. Das kriegt ihr dann auch noch hin. Ähm, kann man nicht auch noch irgendwas am PC machen? Oh, Gott. Kann man da nicht noch irgend so Videos gucken? Ja. Oh, Gott. Dürfen wir das mal machen? Können wir das bitte mal ganz... Könnt ihr aufhören jetzt? Ihr habt gerade so lang miteinander geschlafen. Ich war angeekelt. Ich war angeekelt. Holla, die Waldfee, Leute. Okay, Tom Holland. Let's go. Ah, er ist nackt. Okay. Die Musik ist wild. Ah! Oh, Gott, Leute. Boah, ich bin froh, dass ihr das nicht seht. Uh, uh, uh. Ja, Tom Holland. Gib alles. Ach, du Heilige. Boah, Leute. Das ist ja... Was ist das? Ach, du Scheiße, Leute. Was tue ich mir denn hier an? Was tue ich mir denn hier an? For real. Oh, mein Gott. Nein. Ach, du Scheiße. Oh, nee, Leute. Oh, nee. Stopp. 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 Es reicht. Es reicht. Ich brauche unbedingt wieder die zensierte Variante, Leute. Ich bin verstört fürs Leben. Ich bin verstört fürs Leben. Ich bin froh, dass ihr das nicht gesehen habt. Ich bin so froh, dass ihr das nicht gesehen habt. Denn es ist... Disgusting. Absolut disgusting. Ich möchte das nicht nochmal sehen. Ich möchte das nicht nochmal sehen. Lieber... Lieber hätte ich das Ganze so geguckt, Leute. Oh, mein Gott. Dann sehe ich ja immer noch alles. Aber so? Oh, mein Gott. Nein. Ach, du Scheiße, Leute. Was war das denn für ein Video? Ich bin so froh, dass ich das im Nachhinein noch zensieren konnte. Ich sehe es vor allem... Ich sehe es gerade noch. Ihr seht es ja gerade gar nicht mehr. Ihr seht jetzt nur noch mich in groß. Aber... Ich sehe... Tom Holland, kannst du bitte... Kannst du bitte das woanders rumbaumeln lassen? Okay. Leute. Ich habe, glaube ich, genug gelitten heute. Deshalb hoffe ich, dass es im Stream ja trotzdem partymäßig wird. abgeht. Aber... Oh! Das war ein wildes Video. Das war ein wildes Video. Als nächstes kommt wieder die 100 Baby Challenge. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Da wird es nicht so nackig. Das kann ich euch schon mal sagen. Ach, du heilige Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich erst mal meine Augen auswaschen mit Holy Water. Das war mir zu viel. Das war mir zu viel. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Wenn ihr sagt, teste bitte noch diese kranken Mods. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren, Leute. Ich bin ready für alles. Und wenn es super schlimm wird, dann zensiere ich es. Ihr kennt mich ja. Aber meine Reaction ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz unterhaltsam gewesen. Leute, ich fand es sehr verstörend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Abonniert mich, falls es noch nicht getan hat. Und dann hören wir uns in einem neuen Video wieder. Oder dann um 13 Uhr live auf Twitch, Freunde. Kommt gerne vorbei. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Oder rein und ciao, 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 ciao. Ciao.